Start now! Und ja, es ist endlich wieder schönes Wetter. Die Sonne scheint wieder. Es hat jetzt eine Woche lang geregnet. Es war schweinekalt. Es war unvorstellbar. Und dann sehen wir jetzt nochmal die Fortschritte wieder. Da hinten kommt die Mama. Angetrodelt über den Acker. Übrigens ist da hinten eben von der Schwester. Die baut hier Wassermelonen an. Tang Mo sozusagen. Und ja, das ist das Abenteuer. Ensenfarm mit Schweinen geht in die nächste Runde. Rasiert bin ich auch nicht deswegen, weil so Schweine kalt war. Dann müssen wir ein bisschen wärmer waren. Aber morgen bin ich wieder rasiert. Cut!